Oh, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Da ist es. Ein Sattel. Ja, Mann. Und Pumpkin sieht's, da haben wir schon welche. Creeper, hinter uns. Oh, Silhouette, hinter uns. Oh, scheiße, scheiße. Skelett tot. Wo war der Creeper? Der war jetzt hier rechts, dann. Los auf. Da sind ein Zombie und ein Creeper. Nicht sterben, bitte. Ich versuch's. Der guckt mich nur doof an. Kannst du vielleicht den abschießen? Bin dabei. Na, super. Oh, scheiße. Ich hab keine Pfeile mehr irgendwie, warum auch immer. Ich auch nicht. Hier liegt einer, komm. Ähm. Komm. Der will irgendwie nicht kommen. Der dämmt er scheinbar fest oder so, ich weiß nicht. Ist tot. Komm. Du hast einen Zombie und eine Spinne. Ja, easy. Ja. Hier noch ein bisschen Eisen. Da. Oh, ich mach da weile hier mal die Kreuze. Ich kann keinen ganzen Sitz mehr bilden. Aber naja. Hier noch ein bisschen Eisen. Da. Ist doch fast ein ganzer Satz. Ach, hallo, Zombie. Ich wollte irgendwie sagen, hier ist doch noch ein bisschen Eisen gewesen. Ach, da ist es. Hast du doch fast gesagt. Ja, fast. Denk ich mit den Löchern, die ich hier schlagen muss. Hey, noch ein Zombie. Hallo. Bist du dir rechts weitergelaufen, wo die beiden waren? Ich komm gerade wieder zurück. Ich bin wieder zurückgelaufen. Okay. Ich hab deine Schrift gesehen. Jo, ist ja gut. Sollen wir hier weitergehen? Warte. Lass noch die Kreuzung freilegen hier. Oder die WTF. Was ist denn das hier? Was ist denn jetzt? Hier. In irgendeinem Loch bin ich jetzt gerade dran. Was ist denn das? Oh, hier ist Eisen. Ach, hi. Hauptsache, da ist noch ein Ding voll. Ein Ding voll? Ja. Guck mal, Kohle. Ja. Und da geht's weiter. Ich mach mal die Kohle ab. Weiter, weiter. Ja, ich guck derweil immer, was hier noch so kommen mag. Oh, das war der Gravel. Der eine Stein, der sieht echt genauso aus wie Gravel. Ja, sag ich ja. Und da geht's auch weiter. Hier links scheinen wieder irgendwelche Zombies zu sein. Irgendwie ziemlich viel Zombies. Oh, hier ist Gold. Das ist, oh, sogar ziemlich viel Gold. Ja. Und Eisen unten drunter. Sehr gut. Sehr viel Gold. Acht Stück. Huch. Ich höre hier nur Zombies. Hm. Sind irgendwie gerade viele hier. Oh, oh. Alter, die Fletermaus ist mir voll ins Gesicht geflogen. Du Scheißvieh. Mann, hat die mich jetzt auch schreckt. Gold. Warum kommt jetzt der Höhlen-Sound? Wir sind in einer Höhle. Dummes Spiel. Vielleicht haben wir gerade noch eine entdeckt. Gold. Kohle. Ach, guck mal, wo sind wir denn hier jetzt? Ja, ich baue hier immer das Gold ab. Hier brauchen wir schon mal. Na super. Oh, noch mehr Gold. Krass. Und Kohle. Ganz viel Kohle für uns, sozusagen. Ich glaube, wir haben hier echt die Goldader gerade entdeckt. Ich habe jetzt malhin auch wieder sieben Gold-Dinger. Diamant wäre mal noch nice. Wie tief sind wir denn eigentlich? 25 eigentlich? Ne, ab wo gibt es Diamanten? Ab 15 oder ab 25? Ich weiß es nicht. Solche Dinge weißt nur du. Ich glaube, ab 15 gibt es nur Diamanten. Die waren nur ganz, ganz unten. Oh, jetzt hat die Kledermacht mich auch erschreckt. Drehst du wieder um? Dort waren wir schon. Ach, du bist schon wieder hier. Ich bin hier. Ich habe hier das Gold abgebaut. Dann machen wir hier die Kohle noch weg. Was ziemlich viel ist. Huch. Ah, ich habe den noch. Das wollte ich nicht. Mach doch auf der anderen Seite da. Ach, guck mal, lass auch noch. Ding, Eisen. Jawohl. Eisen. Dann hast du die Kohle jetzt direkt hier an Kohle gebaut. Ach, naja, dann sitzt du da bitte rüber. Ja, schon passiert. Ding, Alter. Die Kohle hier hört wieder nicht auf. Ja, hier auch nicht. BCF, ganz ehrlich. Wie riesig die Vorkommen hier sind. Ich glaube, wir sind hier echt an eine gute Ecke gegangen. Ja. Das war der Wahnsinn. Jetzt glaube ich, wie dieser Stein aussieht wie Gravel. Also, ich weiß noch nicht. Oh, und da drunter ist noch mehr Kohle. Gut. Ähm, ich frage mich, ob der Stein auch so nicht selten ist wie Granit und so. Weil irgendwie habe ich den bisher nur unter der Erde gesehen. Hm, weiß nicht. Aber irgendwie machen die nicht viel Unterschied zu anderen Steinen. Das steht häufig, will ich damit sagen. Und sind so derbst verpixelt, dass man die eh für nichts verwenden kann. Ja, wie gesagt, Texture Pack. Ja, ich hoffe, die machen da was Gescheites draus. Finde ich schlecht. Boah, das Kohlevorkommen hört hier auch nicht auf. Hm. Das ist echt krass. Oh, jetzt hat es ein Ende. Guck mal, wie weit ich mich hier reingegraben habe. Ja, links von dir ist auch noch Kohle. Super. Das hole ich mir gerade. Die. Okay, jetzt. So, dann lass uns da. Tommy? Ja, ich höre dich genau. Oh, oh. Das Eisen. An der Wand. Schlag ich hier mal raus. Klopp. So, wo machen wir denn jetzt weiter her? Ähm. Oh ja, hier war das, wo wir hängen gekommen sind. Ja, wenn wir hier weitermachen, ne? Warte, das hier abreißen. Oh, nee, doch nicht. Ist da was? Nee. Nee, ich dachte, das wäre Kohle. Das wäre mir da hell gewesen. Dann hinunter. Fledermaus. Oh shit, Vorsicht. Riesenloch. Okay. Kommt da die Geräusche her? Kann sein. Guck mal, hier waren wir auch schon. Moment. Nein. Hier, jetzt. Bist du runtergefallen? Ja. Warte, warte, ich habe nicht. Setz dir eine Fackel. Scheiße. Da war nur so ein Loch. Komm hoch, komm hoch. Warum? Lass es doch hier unten und dann weitermachen. Okay. Hier geht es wohl nicht weiter. Da waren wir schon. Okay. Wollen wir nicht erzählen. Aber, du doof, Batz. Vorsicht. Ja. Warte erstmal irgendwo, wo du sicher bist, bis du dein Leben wieder regeneriert hast jetzt. Hier, die Kohle kannst du wegmachen. Oh, die Musik, warte, ich muss mal die Musik gerade leise machen. Oh je, die Kohle, wo? Die habe ich schon weggemacht, sorry. Oh, Babyzombie. Wo bist du? Okay, wie rechts unten. Aber ich weiß nicht, ob man sich hier so auf die Sounds verlassen kann. Also. Volles Leben. Schwert. Das habe ich eben vor Schreck rausgehauen. Ich hätte mir fast mit Goldleiter gebaut. Wo du passt. Geht doch auch. Ja, das wäre nicht so gut gewesen, glaube ich. Ich musste jetzt gerade eben noch aus meinem Inventar schnell irgendwie, also unten aus der Leiste das Gold rausziehen und mit Stein wechseln, damit ich mir die Treppe wieder hochbauen kann. Cool. Du bist gut. Und wenn du mal im Kreis wieder nach oben gehüpft. Okay. Aber da waren echt ziemlich viele Zombies. Ja. Hier ist ein. Ja. Und da ist noch mehr. Und da ist ein... Oh. Noch eine Schlucht oder so. Eine relativ schmale. Lass uns mal da drüben runtergehen. Äh. Irgendwas hat die gerade... Oh. Wo ist das Skelett? Bei mir. Das hat aber auch auf mich geschossen, oder? Weiß nicht. Ist auf jeden Fall jetzt tot. Und es hat keinem Schaden zugefügt. Okay. Und die liegen bei. Lass uns hier runter. Irgendwas schießt die wieder. Ja. Wieder irgendwo ein Skelett. Wo sind die denn? Ich weiß nicht. Ich sehe hier nichts. Beziehungsweise wo hat sie hingeschossen? Hä? Ja, wo du jetzt hin bist. Wo bist du hin? Halt zurück. Dann laufen wir die ganze Zeit im Kreis vor uns weg. Ja, ich glaube. Irgend so was haben wir gerade gemacht. So, hier. Wasser. Ich habe doch eben geschossen. Ja, keine Ahnung, wo das herkam. Okay, hier hört es auf. Das Eisen raushauen, ja. Ja, schon passiert. Aber hier noch nicht. So. Aber jetzt. Und nun? Über mir. Achso, keine Ahnung. Hm, ich weiß auch nicht, wo das ist. Komm ich echt, wo das herkommt? Dann lass uns hier noch weitergehen. Hier ist Kohle. So, hier hat die da irgendwas geschossen gehabt. Ich weiß echt nicht wo. Ich gucke gerade mal hier in die Richtung noch. Da ist eine Spinne zum Beispiel. Ja, ich komme mit. Da ist noch ein Zombie. Da ist ein Creeper und irgendwie alles drauf. Pass auf, hinter dir. Hinter mir? Ja. Oh, das hinter mir. Hey, ist noch Kohle. Okay, dort geht es nicht weiter. Pass auf, vor dir. Rechts. Ja. Wie kommt denn der hier so her? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht von da vorne links. Das Dunkel. Oh ja, hier ist auch noch ein Gang. Was war das jetzt? Hier ein Höhengeräusch, ja. Ui. Das war aber ein anderes. Das hatten wir bis jetzt noch nie. Ob das eins ist, nicht für eine Höhle, sondern für eine Schlucht oder ein Mops vorne. Ich hatte ein ganz normales Höhengeräusch, was ich schon öfter gehört. Achtung, über uns ist ein Creeper. Links. Über uns. Oh. Hey. Ich will nur seine Beine rausgucken. Ich komme nicht ran. Kannst du nur runterschießen? Ich habe keine Peile. Ach doch, zwei. Sehr gut. Hallo? Wo ist er hin? Ah! Da vielleicht? Nee, ich glaube, es war ein anderer jetzt. Nee, nee, das war schon der. Echt jetzt? Da hilft aber noch einer. Oh, hi. Boah, der kommt da nicht weg. Oh, das Gold. Achtung. Du Arschloch. Guck mal, Gold. Ja, hast du gesehen. Hinten auch. Guck mal, noch mehr Gold. Das ist ja nicht viel Gold. Ich habe wieder keine Fackeln mehr. Ähm, ich habe noch 50. Ich kann dir welche geben. Ich kann mir auch selber welche craften, glaube ich. Ja, ich crafte mir selber welche. Wenn du möchtest. Jep. Genau, ein Stack. So, zack. So. Jetzt hier weiter. Jetzt Richtung Lava. Wo weiter? Hier. Da unten. Okay. Oh, Redstone. Na endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Wir finden hier so viel Gold und kein einzigen Redstone. Ah. Die Manden auch noch nicht gefunden. Nee, bis auf den einen da. Dingens. Ah. Vorsicht. Gut, dann hält man die Nase von der Höhle auch. Hier ist wieder irgendwo ein Zombie. Ja, ich glaube, da hinten dauert sowieso noch einiges auf uns. Mehr ausgeleuchtet. Und jetzt hier rechts weiter. Ja. Ist schon ein Rundgang, ne? Da war noch Eisen, ne? Gerade aufgefallen. Das ist echt krass. Hier links auch. Vor allen Dingen, das ist jetzt schon die dritte Schlucht, die an die Mine angrenzt. Warum nicht? Ich frage mich, wo wir jetzt oberirdisch langsam ungefähr angekommen sind. Ich weiß nicht. Drei Meter vor unserem Haus oder so. Oh, hi. Creepy. Hinten auch noch, ne? Wo? Oh ja, ich sehe ne. Eher mich auch. Noch mehr Gold. Ja. Hast du das Eisen aus dem Boden rausgemacht dort? Hast du aber noch was im Boden? Ja, ja. Ich habe das woanders noch gerne. Und oben drüber an der Decke ist auch noch welches, genau. Und ich hole der Weile hier das, was, was, wo war's? Da. Okay, dann hole ich jetzt hier das Gold. Und langsam echt spannend hier in der Höhle. Und langsam weiß ich auch nicht mehr genau den Weg zurück. Okay, das ist wahnsinnig beruhigend. Bitte, du musst den finden. Ja, wir haben ja die Fackeln richtig aufgehängt. Hoffe ich. Hm. Zombie? Wo bist du? Hier oben. Wo ist das Eisen? Achso. Ja, ich wollte mir noch einen Fackel setzen, bevor ich es hole. So dunkel hier. Oh, da geht's auch weiter. Ja. Und da ist auch noch Eisen. Äh, ja. Lass uns hier erstmal einen Weg irgendwie gehen. Und uns für einen entscheiden. Ja. Mach das Eisen hier raus und dann gehen wir hier lang. Wo ist hier? Hier, bei mir. Ach da. Ich mach da weiter hier die Kohle weg. Oh, so langsam. Das ist doof, dass man so schnell out of Taschenspace ist. Out of Taschenspace. Das ist echt nervig. Ja, stimmt. Ich habe auch noch drei Kreuzer. Zombie? Zombo, ne? Komm jetzt ja nicht zu nah. Oh cool, Eisen hindern. Kohlen. Vorkommen. Das ist ja was ganz Neues. Dann gehen wir zurück und dann. Ja, aber dann müssen wir uns wieder so weit runter kämpfen. Obst du das? Oh, Gott sei Dank. Das bin ich. Ja, das warst du. Das bin ich. Na gut. Tja. Was sollen wir sonst machen? Ich glaube, dir hat keine andere. Wie viel Space hast du noch? Äh, drei. Oh, 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 oh. Ja. Der macht zwei. Reicht. Da ist Gold. Oh, nein. Eine Treppe wird uns dienlich sein, hier hinabzulangen. Denn da ist Redstone. Und ich mache mal das Wasser aus. Nein, das mache ich. Okay. Erst mal habe ich den durchgesetzt. Hier ist viel Redstone. Ähm, dann pass doch auf den Zombie auf, weil der kann dann gleich hoch. Ich weiß. Hey, mein Freund. Redstone. Wie geht's dir? Nee, das ist nicht, glaube ich, das läuft so wie es ist. Wie nennt man das nochmal? Redstone? Nein, das hier. Äh, Obsidian. Obsidian. Oh. Hierhin Enderman. Und? Und Gold. Nee. Oder? Doch. Fuck. Jetzt warst du tot. Das ist doof, weil du findst nichts zu mir. Scheiße, scheiße. Hät mein Gold auf oder keine Ahnung. Ich stelle hier eine Kiste her. Das ist eine gute Idee. Und dann lotse ich dich zu mir hinab oder so. Scheiße. Ah, da die Folge eh gleich zu Ende ist, würde ich einfach sagen, du wartest kurz. Ich sammle hier noch fix alles ein. Okay. Und dann helfe ich dir hier runter zu kommen. Der hat mich jetzt erschrocken. Ei, ei, ei. Hast du aber jetzt alles, oder? Ja, ich denke mal schon. Ei, 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 ei. Ach ja. Das Gunpowder von mir gelandet. Unser Freund. Ich nehm dann mal noch. Oh, guck, dann ziehe ich jetzt deine Lederhose an. Super. Und baue noch fix das Redstone hier ab. So. Ui. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge ein klein wenig vorzeitig. Und ich geleite Frau Unicorn mal wieder hier hinab zu mir. Und dann geht's gemeinsam weiter. Bis gleich in der nächsten Folge.